Hallo, willkommen in unserem Kanal, das San Benedetto Aquavitamin. I feel good, mit ganz vielen Vitaminen drin, gibt es neu in italienischen Supermärkten. Das ist die Zitronen-Limonen-Version, hat keine Gluten und auch keine Kalorien oder ganz wenig Kalorien. Es gibt noch eine zweite Version und es ist ein Vitaminwasser, also ein bisschen, ja, nicht ganz transparent, wie man auch sieht, ein bisschen gelblich. Und ja, wir wollen es mal einfach testen, wie es so schmeckt. Hier sieht man so, dass es also nicht durchsichtig ist. Und dann testen wir es mal und das schmeckt so ein bisschen wie Gatorade früher, falls das noch jemand kennt oder falls es das noch gibt. Also, man schmeckt die Vitamine.